Hallo, ich bin die Nina, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Bischof und das ist in der Nähe von Gießen. Und das Shooting hat mir heute sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich auch interessieren, so weiter zu modeln, weil das macht mir einfach Spaß und ja, mal gucken, was draus wird.